Bisher weisen die Patronenkanonen immer auf Null, wahrscheinlich muss man die gar nicht laden. Na gut, gucken wir uns mal an was der Atlas von uns will. W oluyor ist, wie wir die machen, wir beginnen mit den Schmuck. Aber eher im St. Higgler, die er macht den Klingel-Schmuck. Die Waffe in der Luft Schmuck, die die auf die wir sind. Die Wand geprüft werden, diese sind nicht so gut. Sie werden gehören auf Null, gebrochen Schmuck, die wir in der sich über einen Untertitel ziehen. Ich fliege jetzt einfach schnell weg. Au. Schnell weg wieder. Aua, 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 Aua! Aua! Technologie aufgeladen. Da ist er. Technologie aufgeladen. Boah, die Steuerung ist so schlimm. So, und was hat der noch drin? Technologie aufgeladen. Technologie aufgeladen. Wie ich auf der Atmosphäre so ein bisschen rumhüpfe. Aber das Spiel kann sich gerade nicht entscheiden, ob ich reinfliege oder rausfliege. So. 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 geil sturm und extrem gerade der planet ist echt geil ich muss zurück zum schiff da überlebe ich nicht lange wo es tut mich langsam 302 je unit das nenn ich wirklich eine rarität technologie aufgeladen technologie aufgeladen technologie aufgeladen so ich bin zu den sternen hinauf gestiegen was willst du mir jetzt wo willst du mich jetzt hinbringen Anomalie entdeckt Atlas sind stelle ok 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 Untertitelung. BR 2018 Danach noch zwei Sprünge. Ich vertraue jetzt einfach dem Atlas. Was soll ich auch sonst machen? Was ist das denn? Ekelerregend. Ich lese überall, wo was steht. Hm. Da fehlt mir jetzt Zink. Boah, ich bin schon zu nah an der Raumstation. Ich bin schon. Ich habe immer noch zwei Sprünge. Ich bin schon. Testen doch, ob hier gelesen wird. Bei 90% das Rear macht NMS zugucken keinen Spaß. So ist es auch. Deshalb sind wir hier. Und dann auch spielen wir Elite. Die Leute wollen halt auch das Zentrum des Universums erreichen. Analyse? Moment. Analyse, wie sie reparieren, als wäre ich das noch nicht gemacht habe. Oh, eine andere Lebensform. Hallo, äh, komisch aussehender Typ. Feindschlechter Doc. So, das ist das einzige, was ich habe. Eindringling scheint ein wichtiges Wort zu sein. Ach, 20 Sink. So, das ist das. So, das ist das. Tami und 9 kann ich noch draußen äh draußen sammeln rein habe ich meine 2 Sprünge zu dem nächsten Atlas Ding hast du Sagittarius A schon in Elite erreicht? bestimmt nicht na komm, geht doch wenn Weltraum bzw. Treibstoff so geil überall wäre da haben wir nie Probleme irgendwie andere Planeten zu erreichen warum auch ey, du hast doch überall den Treibstoff rumfliegen da würdest du die NASA überhaupt keine Gedanken machen über so eine Kacke bin da aber nicht ähm oh hier war ich schonmal da ist was rotes verlassenes Gebäude entdeckt ich glaube nicht dass das verlassen ist hol dich den Atlas er gewährt uns zutritt in sein Reich okay ein riesiger Würfel ich habe das Wort visuell gelernt und die Wände sind von innen durchsichtig ich kann übrigens keine Waffe ziehen also Infos wie Töte den Atlas klappen nicht ich komme in Frieden oh Warpzellen es ist fremdartig anders als alles das ich bisher gesehen habe ich sollte Angst haben aber ein unerbilliger Kraft zieht mich zum Herzen des Konstrukt ich muss es wissen das ist ein Relikt des Atlas es heißt mich willkommen es weiß was ich bin es verspricht mir wahre Erkenntnis der Wille brennt in mir ich werde in die Struktur der Kasualität blicken und dieser Existenz verstehen ob sie echt ist oder nur ein riesiges unbrechenbares Scheinbild das von anderen Intelligenzen erschaffen wurde ich werde natürlich annehmen der Weg zur Erleuchtung eröffnet sich mir ach naht das Stein okay okay Das war's für heute. Oh, hat sich der Umweg jetzt gelohnt? Dein Schicksal liegt im Jenseits. Hospitalstation-Koordinaten empfangen. Er schickt mich weiter weg. Wie, der hat doch einen Atlas-Pass für mich. Kann gar nicht sein, dass er einen Atlas-Pass für mich hatte, weil das war nur die Sache. Na komm. Und jetzt runter. Blüpp. Verschneit, Wächter minimal, Flora häufig, Fauna typisch. Temperatur stabilisiert sich. Es sah so aus, als hörte die Welt eine Wunde, grellrot und am Rande zerfetzt. Wie etwas, das einmal gelebt hatte und in Stücke gerissen wurde. Ich hätte wegbleiben sollen. Hätte ich die Luft dieses Planeten atmen können, dann hätte ich wohl einen üblen, fremdartigen Geruch wahrgenommen. Aber meine Neugierde konnte ohnehin nichts bremsen. War es tot? Dort, wo ich es berührte, war die Oberfläche feucht und nachgiebig. Plötzlich schien es sich zu bewegen. Als würde es in einer Matte aus Wimpern langsam von mir entfernen. Ich hätte es in Ruhe lassen sollen. Ich entdecke etwas Verschlüsseltes im Datenprotokolls toten Reisenden. Es wurde etwas hinterlassen, das mir auf meiner Reise helfen soll. Es gibt keine weiteren Türen. Oh, das sind ein paar kleine Tierchen. Und ein paar größere Tiere. Was ist das für ein Würfel? Hm. Junge, wo? Ist mir egal. Geh weg, Wächter. Wächter. So, die reichen ja, um jetzt weiterzukommen. Was ist das? Achso, das rote war der, äh, die Atlas-Schnittstelle. Aber eigentlich entferne ich mich gerade wieder vom Zentrum der Galaxie. Es ist etwas ernüchternd. Eigentlich von den Sprungdistanzen kann das gar nicht sein. Eine Weltraum-Anomalie. Eine Weltraum-Anomalie. Äh, wie geht es? Hmm. Hmm. Hm. Was macht die Anomalie, außer anormalisch aussehen, könnte auch ein Sphären-Kurbus sein, beziehungsweise eine Sphäre von den Borg. Wir sind die Borg, wir werden sie assimilieren. Kann man doch bestimmt aufschießen, oder? Ah ne, man fängt automatisch rein, okay.